so weltklasse also manu manuelsen sitzt einfach so mit diesen ganzen übelst großen breiten gefährlichen menschen sagen so okay flair was los wenn du willst 1 gegen 1 1 gegen 1 und der der kollege redet sich komplett in rage und hat richtig bock noch was zu sagen das ist so geil das ist genau der gleiche ich hab keinen ich hab ich bin gar nicht in diesem rap ist es immer ich gucke ich gucke ich gucke ich sehe nicht richtig da gibt es einen schwanz der hat auf die fresse gekriegt sagt mir mal so damit meint er jetzt animus ich falsch liege der fett der haut ab nach berlin da tun sich zwei schwänze zusammen weil der eine der jahrelang unterdrückt wurde jetzt selber sich nicht gerade machen kann so in dem moment aber der zu dem er nach berlin ist er auch vorher seine mutter wollte ich habe okay alles sagt so beides schwänze der eine rennt zu den bullen der andere holt darum idiot und dann fliegen die nach teil ist das richtig springen nach teil hört euch das mal bitte an das ist weltklasse land und machen ein song nennen den ronin wisst ihr eigentlich was ein ronin ist das ist ein samurai das ist jemand der für sein stolz und seine ehre stirbt ihr nennt euch ronin wisst ihr einen schwappen ronin ist das ist ein samurai ich schweier das tod das ist so geil das ist nrw wisst ihr einen schwappen ronin ist das ist ein samurai wir müssen das leider noch zweimal gucken weil mich das immer wieder amusiert und dann ist das richtig springen nach thailand und machen ein song nennen den ronin wisst ihr eigentlich was ein ronin ist das ist ein samurai das ist jemand der für seinen stolz zu seiner ehre stirbt ihr ihr nennt euch ronin und ihr habt noch 14 millionen klicks ich gucke nicht richtig welche geist das ist zu schön wir müssen das leider noch zweimal gucken weil mich das immer wieder amusiert dann machen die einen track und nennen den ronin wisst ihr eigentlich was das ist und dann fliegen die nach thailand und machen einen song nennen den ronin wisst ihr eigentlich was ein ronin ist das ist ein samurai das ist jemand der für seinen stolz und seine ehre stirbt ihr nennt euch ronin und ihr habt noch 14 millionen klicks ich gucke nicht richtig welche geistig behinderten gucken sich solche videos wenn ich mir ein video angucke dann von leute mit denen ich mich identifizieren kann die das was wir singen ernst meinen und das sind die jungs hier alle die sind einen weg mit mir gegangen das waren die ersten ich gucke nicht richtig das ist wirklich liebe nrw so sehr die leute da reden wir haben einmal ich weiß nicht ob den von euch jemand kennt ne wie hieß der normal ist ein kollege ist aus leverkusen aus köln messer willi der messer willi und der redet ungefähr genauso das sind ja richtig stabile typen den kannst ja nichts erzählen und dann noch dieses rheinische dabei ja don mich mal ihr wisst ja eigentlich was ein ronin ist das ist ein samurai das ist überragend und dieser messer willi war auch können auch so ein aus der gegend so ein kaliber und der der kam halt hier nach berlin so wir waren mit morlock dilemma auf einem battle und der meinte auch die ganze so was ist hier was ist mit den ganzen nasen hier los da ist ja kindergarten oder was ist das hier nun da kommt so ein typ läuft es an uns vorbei als wir rausgegangen sind und er sagt so und der messer willi sagt zu dem hör mal zu du dünnes erzähl mich mal wo ihr die nächste kneipe ist und der typ sagt so ja also wenn er jetzt hier geradeaus geht da kommt dann einer vorbei da sagt der messer willi ja ich will nicht da vorbei ich will ja rein das ist genau so ein kollege welche weltklasse nrw alter wenn das brecher sind aggressiv im modus weltklasse ja also wenn du da vorne lang ist dann müsste es an der kneipe vorbeikommen ja ich will nicht da vorbei ich will da rein an der stelle der guckt niemals zu aber messer willi absolute legende hätte und dann fliegen die nach thailand ist das richtig nach thailand und machen einen song nennen den ronin wisst ihr eigentlich was ein ronin ist das ist ein samurai das ist jemand der für seinen stolz und seine ehre stirbt das ist so schön die haben nrw zugemacht überragend so dass ich auch mal mit euch ein paar sachen teilen kann die ich lustig finde er weißt du ein er weißt du eigentlich was er selber ja weißt du eigentlich was ein ronin ist das ist ein samurai